Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer MrWenno1974, wir sind wieder bei Konami auf dem MSX. Das ist das Modul 735 und das ist recht interessant, das ist der sogenannte Game Master. So, da seht ihr, da haben wir das schöne Pinguinchen, ja, Pentaro, das Symbol von Konami, ich weiß gar nicht, ich glaube mittlerweile haben sie gar nichts mehr, außer wahrscheinlich eine Pashinko-Maschine. Ja, und damit kann man sozusagen die Games verändern. Dann für die Leute, die keine Ahnung haben, der MSX, oder die meisten Typen, ihr könnt das ja meine Kommandantin, ob es da irgendjemanden gibt, der das nicht hatte, aber die, die ich kenne, haben immer zwei Modulschächte gehabt, im Modul 1 sollte man den Game Master reinpacken, wobei bei Vampire Killer war es genau andersrum, aber das soll euch jetzt erstmal egal sein, packte man den Game Master in Modul 1 und das Modul, was man verändern wollte, in Modul Schacht 2. Je nachdem, wenn der Game Master das kannte, konnte man es dementsprechend auch modifizieren, das zeige ich euch gleich auch, was da für Möglichkeiten existieren. Und dann konntet ihr sozusagen da rumschieden, also ihr könntet euch dann 99 Leben machen, man konnte auch Safe Games damit machen, ja, also hier gab es schon die Möglichkeit von Safe States, was ja ganz putzig ist, um wirklich mal was durchzuspielen. Oh ja, und da gab es Games, da war das ganz gut so. Was vielleicht ganz wichtig ist, heutzutage, wo ihr sicherlich die Kiste eher benutzt für Emulationen und sowas, die STC-Module, die ja bekanntermaßen, naja, ich sage mal Homeproof-Fassung sind, sage ich mal einfach, kennt der nicht. Also das heißt, man muss hier schon die unveränderten Daten haben, damit er das Ding kennt. Ist ein bisschen ärgerlich vielleicht, aber gut, kann man notfalls auch mehr leben, dafür kann man ja selber sich hier dann auch 99 Leben verpassen und sowas. Das geht schon irgendwie. Da muss man halt mal, naja, habt mal nicht den Powersound. Gut, wobei du kannst auch mit der Emulation Safe Staten vermute ich. Zwinker, zwinker, zwinker. So, es gibt einmal einen Self-Mode-Test, da seht ihr einmal hier die Farbpalette. Könnt ihr euch dann angucken, spannend, ne? Ja, toll, könnt ihr den Screen drucken, wo, ne? Wenn ihr mal so einen Screen-Test machen wollt, also ist sicherlich für euch jetzt nicht so ein Interessant. Game, wie schnell kommt man direkt zum Spiel. Was aber für euch interessanter ist, dürfte Modify sein. Hier habt ihr auch nochmal Start-Game. Colour-Test-Pattern ist dann das gleich in grün. Warum das hier nochmal ist, weiß ich nicht. Ist auch uninteressant. Hier gibt es eine Art Ranking-Mode. Ihr seht jetzt gerade, dass das Modul RC-715, und jetzt lasse ich euch mal raten, was das für eins ist. Ihr habt das nämlich schon gesehen. Drin ist, man erkennt da nicht auch, dass es auch erkannt hat. Mit Ranking-Mode kann man tatsächlich so eine Art, ja, Score-Battle machen. Das geht tatsächlich. Das heißt, dann kann man da seine Rekorde abspeichern. Falls das jemand interessiert. So, Modify Player Number, damit verändert man die Anzahl der Spielfiguren, also möglichst dann auf 99. Stage Number, damit geht man dann eben auf den entsprechenden Level. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel bei dem Modul hier, das ihr jetzt mal erraten dürft, auch dementsprechend das so verändern, dass wir euch das zeigen können, wozu ich jetzt nicht 20 Minuten zocken muss. Ja, und dann kann man einfach, wenn man das eingestellt hat, also hier, ne, geht mir jetzt einfach auch nochmal ankommen, möchte man in Level 2 starten. Ich, genau, hat er jetzt erkannt, dass es bei dem Spiel keinen Sinn macht, Player Nummer zu machen. Und würde das jetzt starten, dann würde er dementsprechend auch direkt in Level 2 starten. Ja, das ist der Game Master. Es gibt noch einen zweiten Game Master, da kommen wir auch noch zu. Der kam dann, glaube ich, aber auch so spät raus, dass den, glaube ich, kein Mensch in Europa mehr wahrgenommen hat. Ich weiß auch nicht, ob der überhaupt außerhalb von Japan vertrieben wurde. Also das Ding wurde außerhalb von Japan vertrieben, weil ich das ja auch habe. Ja, aber sonst muss man mal gucken. Also, und es funktioniert nicht alles mit dem Ding. Also das muss man auch sagen. Auch die SCC-Sachen funktionieren hier nicht. Also ihr müsst hier wirklich auch Sachen haben, die in der Urform sind, nicht irgendwelche Homebrew oder Fan-Übersetzten. Das klappt hier alles nicht. Und eben, wie schon bei speziellen Sachen, unter anderem Vampire-Killer, da ist es genau andersrum. Da muss der Game Master in Modul 2 und Vampire-Killer in Modul 1. Dann habt ihr nämlich im Game auf einmal ein Sheet-Menü. Kann ich jetzt mal im Spoilen, weil sollte eigentlich jeder nach, was weiß ich, gefühlt wie vielen Millionen Jahren eigentlich selber wissen. Deswegen, da gibt es tolle Variationen. Das will ich euch auch mal irgendwie so zeigen. Es gibt ja auch so schöne Sachen mit Modulkombinationen. Da werde ich dann auch mal versuchen, mal so ein Video zu machen. Dass ihr mal alle Möglichkeiten seht, die es da gibt. Weil das zum Beispiel ist auch sowas, was Konami sich einfielen ließ. Je nachdem, welche Module in den beiden Schächten sind, passiert was. Also dann habt ihr mal mehr Leben. Ihr seid schneller. Oder genau im Gegensatz, ihr seid langsamer. Das ist der Hard-Mode. Oder eben dieser schöne, lustige Gag bei Salamander. Ohne das Nemesis 2-Modul in Schach 2 gibt es keinen Endkampf. Ja, das war Konami von damals. Das haben die wirklich gemacht. Und solche Geschichten. Aber ja, das machen wir in aller Ruhe. Ich glaube zum Beispiel bei Hiya Kung Fu 2, da kommen wir bald noch zu, wenn ich das gerade auf der Liste sehe. Hiya Kung Fu 2 zum Beispiel war so eine schöne Geschichte. Ich glaube, wenn ihr das Modul 1 drin hattet, Hiya Kung Fu 1, dann gab es im letzten Moment, glaube ich, beim ersten möglichen Dev, kam noch der Großvater aus Teil 1 und hat euch wiederbelebt. Oder so ein Scheiß. Egal. Wie gesagt, jetzt nochmal ein extra Video für geben. Aber erstmal gehen wir den ganzen Games durch. Und dann wisst ihr auch, was da auf euch zukommt. So, kommen wir jetzt wieder zum Game. Seid mal gespannt, was als nächstes kommt. Bis dann.